Perfekt Digga, ich wollte heute morgen eigentlich schon mit dem Vlog anfangen, vor dem Bewerbungsgespräch. Nix geworden. Peace Leute, was geht. Willkommen zu einem neuen Vlog. Ich hatte eben ein Bewerbungsgespräch gehabt bei Fitbox. Als zukünftiger Sport-Business-Management-Student, aber meine Entscheidung behalte ich euch noch ein bisschen vor. Ich weiß selbst noch nicht so ganz, aber heute Abend, beziehungsweise generell einfach ein bisschen Vlog. Ich habe einen fetten Kratzer in mein Auto gefahren, ich kann euch mal ein Bild einblenden. Ich werde das jetzt ein bisschen versuchen rauszupolieren, ich kann nicht mehr. Und was haltet ihr von meinem Outfit? Vor allem meine Dings ist fresh, ne? Wir haben uns ja echt lange nicht mehr gesehen, meine Haare sind ja wieder gewachsen. Mein letztes Video kam ja vor drei Wochen, bis ich das fertig habe, ist locker sechs Wochen oder so. Und heute Abend gehe ich ein Fußballspiel gucken. Sehen wir uns bei der nächsten Activity, friends. Love you. Peace out. Es geht, Freunde. Ich bin gerade beim Verkehrsfahrsicherheitstraining oder wie das heißt. Das ist behindert lustig. Hier ist so ein Golf mit Trollys unten dran. Ey, einfach nur Donuts am Drehen die ganze Zeit. Und jetzt gleich fahren wir hier vorne noch im Kreis und dann, wie heißt das? Übersteuern und Untersteuern wird dann mal ein bisschen getestet. Und dann würde ich sagen, blende ich euch einfach mal ein bisschen ein. Das, was ich so gefilmt habe. Peace. Das bin zwar gerade nicht ich, aber das muss ich gerade eben auch machen. Junge, das ist so rutschig da vorne. Ist nämlich so eine glatte Plattform. Oh mein Gott. Das geht gar nicht fit. Man slidet da so raus, ich dachte, ich sterbe. So, Freunde. Neues Update. Der Typ labert mich die ganze Zeit voll. Ich habe behindert Hunger mittlerweile. Wir stehen hier gerade an und machen so über so eine Hydraulik-Dings da. Und dann werden wir zur Seite geschleudert und müssen das Auto abfangen. Aber ich habe Hunger. Ich kann nicht mehr. Moin Meister. Moin Meister. So, Freunde. Ja, ihr seht richtig. Ich vor der Kamera. Boah, das ist echt ungewohnt, jetzt noch vor der Kamera zu stehen, wenn ich ehrlich bin. Also, ich bin der nicht auf. Und wie findet ihr es, Leute? Ich habe meinen Bart abgemacht, ne? Babyface. Ich habe eben ein paar YouTube-Videos geguckt, was man so machen kann. Jetzt bin ich hochmotiviert, was hochzuladen. Und ja, es ist relativ viel passiert. Ich glaube, als letztes war es ja auch im Stand, wo ich beim Bewerbungsgespräch war für... Sport-Business. Aber da habe ich es dann abgelehnt. Das hat mir halt doch nicht so zugesprochen. Jetzt habe ich mich für Hochschulen eingeschrieben. Und deswegen... Ja, ich würde dann einfach mal sagen, let's go! Und ich hatte ja auch noch Geburtstag, stimmt. Die Sachen kann ich euch auch noch zeigen. Einmal das hier. Das sind so nice. Ich wollte nämlich unbedingt ein weißes T-Shirt mal wieder haben, was gut aussieht. Und was aus einem Sportstoff ist. Aus einem sportweichen Stoff, Freunde. Soll ich mal so einen krassen Cut reinhauen. Und... Ja, so sieht das Ganze auf jeden Fall angezogen aus. Keine Ahnung, wie der Cutter sieht es echt wieder aus. Aber das T-Shirt ist so geil. Ich habe so Bock, jetzt trainieren zu gehen. Ich war gestern joggen und ich habe so einen Muskelkater seitdem. Deswegen stehe ich hier immer so ein bisschen zappelig. Weil wenn ich normal stehe, dann tut das immer, weil ich jetzt... Tut hier so hart weh, Leute. Ihr glaubt es mir nicht. Ich gehe nie wieder in meinem Leben joggen. Wollte ich gar nicht mehr haben. Und dann habe ich noch ein Gymschleck-T-Shirt. Darum habe ich aber auch was genommen. Eigentlich sollte das so aussehen. Ja, das ist jetzt doch wehscher, habe ich es gedacht. So sieht der ganze Konfagnion aus. Kann ich auch mal anziehen. Was ist das? Soll ich jetzt nicht wundern, ich habe eine grüne Hose an. Das sieht jetzt natürlich nicht so nice aus. Und warum ich mir die Haare eben nicht gemacht hatte. Ich dachte mir so, ja komm, ich bin eh hässlich. Da macht er jetzt auch keinen Unterschied, ob die Haare gemacht sind oder nicht. Das T-Shirt, was mir auf jeden Fall gut auffällt, bei Gymschalk immer, dass sie oben an der Brust sehr hängen geschnitten sind. Das schmeckt. Und ja, jetzt kommen wir zu der Sache, die ich euch eigentlich zeigen wollte. So, Collegals. Wir haben einmal, ich wollte eigentlich so eine blaue, so richtig hellblaue Jeans haben. So eine, wie ich die auch habe. Wenn ihr meine Insta-Bilder mal abgecheckt habt, dann habe ich die meisten letzten Bilder gemacht. Die ist jetzt ein bisschen dunkler geworden. Und ich wollte halt eine haben, die übelst locker sitzt, auch mit dröheren Schnitt. Ich habe dann aber nur die gefunden. Und die habe ich dann einfach genommen, weil ich brauche auf jeden Fall Jeans. Ich habe gestern meinen Schrank ausgemessen. Ich habe nur zwei Jeans, die ich anziehen kann. Oh mein Gott, das tut so weh. So Freunde, der Business Chef. Hier, das ist halt so eine schicke Hose. Denn was ich nice fand, ich habe eigentlich noch so eine andere, ich war mit Mira im EKZ einkaufen. Die hat halt hier so einen Bügelstreifen. Bügelstreifen, ich sage mal. Bügelfalte, nicht Bügelstreifen. Und es gab noch eine ohne Bügelfalte. Die war ein bisschen bequemer, aber ich wollte halt eine haben, die übelst schick ist, damit ich sie jetzt auch so für die ganzen Bewerbungsgespräche anziehen kann. Und yes, das war die Hose. Und jetzt kommen wir noch zu den zwei Sachen, die ich mir geholt habe, die ich übelst geil finde. Einmal Nummer 1. Und zwar waren wir bei Pieten Kloppenburg, weil da hatte sich Chris mal eine schicke Hose geholt. Dann dachte ich mir, gehe ich da auch mal hin. Und dann habe ich das gute Schätzchen gefunden. Ich brauche nämlich jetzt gerade so eine Übergangsjacke, weil ich habe entweder meine fette Elefdy Y-Jacke oder so eine beige alte Jacke, die aber so langsam zu eng wird. Und die ist mal wieder ganz nice. Die ist schön oversized. Mir gefällt die Farbe, das heißt, die kann man eigentlich, die kannst du wirklich auf alles anziehen, weil die hat alle Farben mit drin. Die ist halt so ein bisschen, also Hauptfarben sind weiß und grün und dann ist sie noch so mit roten Streifen kariert. Und die ist von Tiger, Ticard, keine Ahnung, wie man das ausspricht, das ist die Jacke. Also, ich würde jetzt nicht zutragen, das sieht jerk aus, aber so geht es auf jeden Fall fit, Freunde. Und dann haben wir noch die hier, die habe ich in Größe L geholt, weil ich hatte gedacht, ich kann da noch ein Pulli drauf anziehen. Das ist diesmal keine Jacke, das ist eher ein Flanellhemd, würde ich sagen. Und hier, das ist die. Hier hängt sogar noch das Ding, Schild dran. Ja, das war's. Ich finde, das ist so geil. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt auf Kamera aussieht. Ich glaube, ich gucke mir das jetzt mal an. Sieht nice aus. Habe ich euch die Hose eigentlich gezeigt? Ja, ne? So, okay, dann haben wir eigentlich alles, die zwei Gymshark-Sachen, meine zwei neuen Jackets und yes. Das heißt, für diesen Monat ist man kein Geld mehr ausgeben, weil ich habe jetzt auch angefangen, in Aktien zu investieren. Wenn ihr wollt, dass ich euch mal ein erklärliches Video zu Aktien mache, das mache ich sehr gerne. Im Moment bin ich in meiner intellektuellen Phase, ich lese auch Bücher, Leute. Das ist nicht zu glauben. Ich kann einfach mal ein Bücherregal zeigen. Okay, so viel ist das jetzt auch noch nicht, ne? Aber, Kleinvieh macht auch Mist. So, wir haben jetzt hier, was haben wir hier? Das habe ich erfolgreich besser reden, weil, warte, ich hatte das Buch zuerst gelesen, hier, Moneymaker, das ist nice. Also, wenn ihr gar keine Ahnung habt, so von Wirtschaft und so, guckt euch das an, das erklärt alles richtig gut. Dann, das habe ich noch nicht gelesen. Dann, ich habe hier, ich bin gerade so Assessment-Bücher am Lesen, so Vorstellungsgespräch, was man am besten machen kann und so. Und, oh, ja, die sind very nice. Aber da bin ich noch nicht weitergekommen. Was ich nämlich im Moment lese, ist, aha, hier die Snacks, aha, Fitness-Influencer, man kennt's, ist das hier. Das ist so nice. Gesunde Ernährung wird bei mir wirklich ganz groß geschrieben in letzter Zeit. Ja, nice. Und, ja, eigentlich hätte ich vor, jetzt irgendwie mal wieder ein bisschen mehr was zu drehen, aber ich weiß nicht. Irgendwie in letzter Zeit ist mir das echt unangenehm mit Kamera irgendwo rumzulaufen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber wenn ich mal irgendwas motivierendes auf TikTok wieder sehe und dann so Leute sagen, Everybody started with zero followers, dann bin ich auch gleich schon wieder ein bisschen motivierter. So, just grab your cam and record something. Jetzt auch wegen Uni-Stress und so, weil ich habe ja noch keinen sicheren Bewerbungsstudienplatz. Das ist ganz auch ein bisschen nicht so einfach, weil wenn meine Eltern sehen, dass ich hier irgendwie so YouTube mache und so, dann bin ich da irgendwie zu lernen oder so, dann bin ich jetzt. I like it, KG. Wow.